...heißen Teilchen entworfen und sie als Brasilianerin weiß genau, worauf es ankommt bei den Zweiteilern. Bikinis sind die brasilianische Uniform. Das ist ein Must-Have. Jede Frau braucht ein Bikini. Und jeder Bikini passt sich der Frau an. Deshalb habe ich jetzt ein ganz knappes Modell ausgesucht, was ich gerne trage, mit der Flagge, mit den brasilianischen Farben. Fühler haben wir jetzt was ausgesucht, mit ein bisschen mehr Push-Up, mit den Röckchen. Das ist jetzt auch sehr angesagt in Brasilien. Fernanda hat mit ihren Entwürfen ganz offensichtlich den Geschmack von Stardesignerin Lenny getroffen. Auch wenn er sehr klein ist, klar, dass den Bikini eine Brasilianerin entworfen hat. Braun gebrannte Mädchen sind die Brasile.